Toll, das ist nur so ein x-beliebiger Kerl. Hallo, ich hoffe es ist okay, dass ich einfach durch dieses... Oh, hat sich gerade geschlossen. Du bist Peter. Ja, Peter Parker. Ich hab euch beide gesehen. Hi. Wartet, er ist nicht euer Freund. Warte mal, du bist also auch Spider-Man? Wieso hast du es nicht einfach gesagt? Ich geh für gewöhnlich nicht damit hausieren, das macht doch die anonyme Superheld-Sache total zunichte. Natürlich doch. Ich hab dich doch gesagt. Meine Lola fragt, ob ihr die Netze entfernt, die ihr gerade verschossen habt. Oh, tut mir leid, Lola. Ja, natürlich. Ich geh ins...